Am Dienstag übernimmt Anke Engelke Jokos Sendung. Guten Abend und willkommen zu Wer stiehlt mir die Show? Mit ihrer eigenen ESC-Show. Joko Winterscheid, 5 Points. Alle gegen Anke. Und das ist falsch! Kleiner Applaus für Mark Forster. Wer stiehlt Anke Engelke die Show? Dienstag, 20.15 Uhr. ProSieben. ZDF, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20.